Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Es geht um eine kleine Zusammenfassung, welche Pokémon man gut gegen unseren Titan-Tonupto spielen kann. Solo wie im Team. Ein paar kleine Tipps und Tricks, die man beachten sollte. Und ja Leute, ich lade das Video sonntags hoch. Bisschen mit Absicht. Ich konnte ein paar Infos über das erste Wochenende sammeln. Man hat jetzt noch den Sonntag so gesehen, aber ihr habt ja noch die nächste Woche. Das heißt, wenn ihr jetzt dieses Wochenende weiter nicht konntet oder euch besser vorbereiten wollt oder ihn vielleicht farmen wollt, habt ihr jetzt so gesehen eine ganze Woche dann noch Zeit, euch wieder auf ihn vorzubereiten. Und deswegen kommt dieses Video dann sonntags. Und wie gesagt, meine Meinung so gesehen. Wenn ihr in einem Team spielen wollt und ihr wollt die One-Shot-Taktik, weil wirklich im Team mit darauf vorbereitet, das Ding in einer Runde platt machen, da gibt es ein separates Video zu, weil das würde diesen Videoraben hier ein bisschen sprengen, weil es nochmal eine ganz andere Richtung Vorbereitung ist. Wie gesagt, bei mir auf dem Kanal gibt es eine Taktik, die ist super leicht. Damit werdet ihr, wenn ihr ein Viererteam habt, ihn ganz, ganz, ganz schnell einfach platt machen können. Wie gesagt, dauert 30 Sekunden oder so. Ich habe das mal gemessen. Ich glaube 32 Sekunden oder so. So, für alle, die das aber Solo spielen wollen oder halt im Team spielen wollen und nicht One-Shotten, ist dieses Video hier ganz gut. Ganz wichtig, Leute, wenn ihr ihn Solo spielt, also wenn ihr alleine spielt, spielt immer offline. Ganz, 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 ganz wichtig. Weil, wenn ihr offline spielt und eure NPC-Teammates sterben, dann zählen die nicht an eurer Zeit. Wenn ihr aber online spielt und ihr kommt in eine Gruppe und sorry für die Betitelung jetzt und ihr habt da so ein paar Dullis drin, mit denen ihr online random spielt, die dann irgendwie was ganz Merkwürdiges spielen und aber die ganze Zeit sterben, geht eure Zeit weg und ihr habt keine Chance. Also wenn ihr schon alleine spielt und ihr habt die richtigen Pokémon, dann macht es lieber Solo offline. Ganz wichtig. So, kommen wir mal zu meiner Taktik, die, wie ich jetzt, sechs Pokémon habe ich mir jetzt rausgesucht, die man spielen kann. Ist ein bisschen was für allein, für Team und ein bisschen für Support. Also, Leute, leider Gottes, ich sage es echt nicht gerne, ist aber eigentlich meines Erachtens die einfachste Solo-Taktik Epitaph. Epitaph, Muschelglocke ausrüsten, im Endeffekt Kreideschrei und Zornesfaust, Siegeswille würde ich noch mit reinnehmen, ihn auf KP und Angriff bringen und einfach durchhauen. Das ist wirklich die einfachste Taktik. Ganz wichtig, ganz wichtig, Leute, das habe ich im Stream ein paar Mal gesehen, Kreideschrei könnt ihr nur einsetzen, wenn kein Schild draußen ist. Ganz wichtig. Hat der Tonubdo sein Schild draußen, geht Kreideschrei nicht mehr. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ihr verschwendet Runden, macht das nicht. So, Taktik Nummer zwei wäre Backel mit Terra-Typ Unlicht. Auch hier würde ich eine Muschelglocke geben, also einfach eine Muschelglocke auf Backel draufhauen. Hier ist wichtig, ihr braucht Knusperkruste als Fähigkeit, weil ihr damit Feuerattacken abfangt. Und ja, ich weiß, wenn ihr die Werte resettet nach der dritten Runde, ja, ungefähr dritten Runde, ist komischerweise für ungefähr so drei Runden Knusperkruste deaktiviert. Das ist wirklich so. Ich denke mal, es müsste wie Backel sein, weil warum nur für drei Runden? Das ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Wenn es gewollt ist, finde ich es sehr, sehr merkwürdig, auf jeden Fall. Hier spielen wir mit Knirscher, mit Standpauke und mit Kraftschub. Das wäre die Taktik, um halt im Endeffekt mit Backel zu spielen. Ihr könnt aber auch Beispiel Backel und Epitaph kombinieren, weil beide physisch angreifen. Das heißt, im Endeffekt, den Kreideschrei, den Epitaph sich selber zum Pushen gibt, profitiert Backel ja auch davon. Also muss man schon sagen, man kann die beiden auf jeden Fall auch gut in der Kombination spielen, dass man sagt, man unterstützt sich zum Beispiel. Dann haben wir ja auch, dass ja Standpauke von Backel den Spezialangriff von Turnupto senkt, was wiederum ja auch Epitaph zugute kommt, weil Epitaph ja mit Spukball oft angegriffen wird und das ja ein spezieller Angriff ist. Das heißt, auch die beiden harmonieren sehr gut zusammen, wenn ihr physisch spielt. Als Supporter habe ich im Stream noch Windewoge gespielt, auch wenn es jetzt zwar hier auch speziell gespielt ist, aber der Vorteil von Windewoge ist, ihr könnt in den ersten beiden Runden Kampfgeproll einsetzen, also vor er das Schild rausholt, weil ihr setzt den Angriff sowie den Spezialangriff eures Gegners runter. Das heißt, ihr supportet so gesehen euer Team, dass die weniger Damage kassieren. Zum Beispiel, wenn ihr mit drei Epitaphs spielt, kann einer Windewoge spielen und macht den Damage ein bisschen runter. Dann könnt ihr zum Beispiel mit Standpauke den Spezialangriff des Gegners senken, dass die Epitaphs weniger Damage bekommen. Man kann auch mit Breitseite spielen, das macht zum Beispiel Knudler weniger Damage. Nebenbei, Standpauke tut auch den Angriff von Eruption senken, weil Eruption ist ja auch ein Spezialangriff. Und wiederum könnt ihr nämlich Standpauke und Breitseite auch einsetzen, während das Schild draußen ist, weil beide Angriffe Schaden machen. Kampfgeproll macht keinen Schaden, das geht nur, wenn kein Schild da ist. Standpauke und Breitseite gehen, wenn das Schild da ist. Das heißt, ihr könnt, spielt ihr mit Epitaph und mit Backel, dann könnt ihr mit Windewoge die beiden noch supporten. Finde ich ganz cool, einfach, dass die weniger Damage bekommen. Alles andere bei Windewoge, ich weiß nicht, dadurch, dass ihr halt Terra-Typ Wasser bekommt, also generell Typ Wasser bekommt man relativ wenig Schaden und man ist eigentlich sehr, sehr tanky. Und nurfalls kann man auch dann Terra kristallisieren und macht mit Standpauke, äh, Standpauke, genau, Standpauke ein bisschen weiter Damage, um auch ein bisschen sich zu heilen, deswegen auch Muschelglocke ausrüsten. Also klappt sehr gut, hat im Stream hier auch sehr gut funktioniert. Dann gibt es aber auch noch drei Pokémon, die man spielen kann, die eher speziell angreifen. Also Flatterhaar habe ich auch ein Solo-Video hochgeladen, äh, kann man auch super gut spielen mit Trugträne, Spukball und Gedankengut, ähm, hier in dem Fall speziell anzugreifen. Und auch hier kommt jetzt der Punkt, auch hier könnte ein Windewoge helfen, weil es ja auch den Damage, den Traum, äh, den Flatterhaar bekommt, ja auch senkt, ja. Also auch hier ein guter Supporter, eigentlich ist Windewoge für alle Supports. So. Wenn ihr aber ein Flatterhaar spielt, würde ich nicht mit Epitaph und mit Buckel spielen, weil diese beiden, ähm, supporten so gesehen sich selbst, ja. Epitaph supportet alles, was physisch angreift. Flatterhaar greift speziell an. Wenn ihr mit Flatterhaar spielt, Leute, würde ich eher in der Kombination, ähm, Wambits nehmen oder Mirai Don, weil diese harmonieren wieder, ja. Ähm, zum Beispiel, wir machen Trugträne, um den Angriff zu senken. Wambits kann Säurespeier um den gegnerischen, ähm, nicht, also hier, Trugträne macht, hier so viele Attacken, äh, Trugträne tut die Verteidigung des Gegners senken, Entschuldigung, die Spezialverteidigung. Ähm, das macht Wambits mit Sam Säurespeier auch, ja. Genauso wie auch Mirai Don in der ersten Runde, in den ersten Runden das mit Metallshaut auch machen könnte. Ich würde zwar eher sagen, Leute, spielt Traum, äh, hier Flatterhaar, ich will immer Traumfugel sagen. Das ist so ungewohnt, dass das Paradoxformen sind. Ähm, Flatterhaar und Wambits, Leute, finde ich, ist eine sehr gute Doppelkombi. Und genauso wie Backel und Epitaph eine gute Doppelkombi ist. Und im Endeffekt Windewoge kann bei allen von denen mitarbeiten, ja. Ähm, bei der Taktik hier oben könnte man auch noch Knackrack spielen. Da habe ich ja auch ein separates Video zu gemacht. Auch der würde super gut hier mit reinpassen. Also man könnte eigentlich zum Beispiel ein Team aus Epitaph, Backel, Windewoge und Knackrack zum Beispiel spielen, ja. Das würde zoweit auch funktionieren. Hier würde ich dann eher zoweit hingehen, würde wahrscheinlich sagen, zweimal Flatterhaar, Windewoge und Wambits könnte man auch sehr gut spielen, ja. Also ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen erklären, worauf ich hinaus will. Die beiden physisch harmonieren zusammen. Windewoge passt da als Supporter so gesehen gut rein. Und wenn es ein bisschen traurig ist, dass er Support spielt, Knackrack würde auch noch gehen. Und die beiden passen im Endeffekt sehr gut zusammen, weil sie beide speziell spielen und Windewoge auch hier ein recht guter Support ist. Auch die drei würden sehr gut harmonieren. Wie gesagt, Mireildon geht auch. Ähm, wird bei Mireildon so das Problem, man kann halt den Gegner nicht mehr nerven, wenn das Schild draußen ist. Was, by the way, Flatterhaar auch nicht kann. Aber Flatterhaar macht mehr Damage durch Spukball, ja. Also lieber Wambits und Flatterhaar würde ich eher spielen. Ja, Leute, das war kurz mal die Pokémon, die ich euch vorstellen würde, wie ihr am besten im Team spielt. Könnt ihr mal gerne noch eure Meinung dazu in die Kommentare gerne schreiben. Ich weiß, es gehen auch noch andere Pokémon. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Juju funktionieren soll. Aber ich möchte bei Juju, Leute, bitte eine Sache ganz wichtig sagen, Leute. Spielt Juju nicht im Team. Wenn ihr ein Juju spielt, dann nur, wirklich bitte nur alleine. Weil wir haben das Unheilsjuwel als Fähigkeit oder Unheilsjuwelen. Mit der Macht seiner unheilbringenden Juwelen schwächt das Pokémon die Spezialverteidigung aller anderen Pokémon. Das heißt, spielt ihr Juju, nerft ihr auch eure Teammates. Und das kann super nervig sein, wenn ihr z.B. mit dem Evitaf spielt. Und dann kommt ihr mal mit einem Juju rein und ihr bekommt euch Spukball noch mehr Damage. Dann ist eigentlich vorbei. Ganz wichtig. Juju kann funktionieren, ja. Aber bitte nur solo alleine. Ohne irgendjemand anderen. Dann geht auch Juju eventuell. Also, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne eure Sets in die Kommentare. Dann tue ich mich auch gerne mal ransetzen und mache nächste Woche auch noch eure Sets fertig. Und ja, dann euch schon einen schönen Tag. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschö.